Ich bin Michelle Ferch, ich arbeite hier im schönen Rütti, auf der Gemeinde hier hinten. Meine Motivation zum Genossenschaftsrat Migros Ostschweiz ist, dass ich meine Meinung einbringen möchte und für die Migros und auch für die Kundinnen und Kunden von Migros da sein können und die Meinung von diesen äusseren und vielleicht mal die Perspektiven aufzeigen, statt nur immer geschäftlichen Seiten. Was auch ein super gutes Erlebnis ist, ist der Austausch zwischen den verschiedenen Personen, weil es eben ältere Leute, aber auch jüngere Leute gibt. Es gibt Hausfrauen, es gibt arbeitstätige Personen und man kann mega gut networken und lernt so mega viele Leute kennen und auch Erlebnisse von denen in ihrem Leben. Also auch das bringt es mega für mich, zu meinem Genossenschaftsrat zu sein. Also ich habe es mega spannend gefunden, wie man aus dem Genossenschaftsrat selber kann eigentlich ein Tiefen starten, das dann nachher an die ganze Bevölkerung geht, wo Migros-Kundinnen und Kunden sind natürlich und dann auch so eine mega Aufruhr geben kann in den Medien. Zum Beispiel mit der Alkoholfrage. Es ist für mich ein mega eindrückliches Erlebnis gewesen und ich habe gedacht, genau darum muss man dabei sein in so einem Genossenschaftsrat von Migros. Und ich werde mir sehr einf diferentes 어 queste Ausgholungen gesagt haben. Bedeitere Wurzios. er sicher ist nicht ein ja weil ich非常的 gigantisch. Vielen Dank.